Soße Tatar Für eine klassische Soße Tatar benötigen Sie zwei hartgekochte Eier, eine halbe Zitrone, eine halbe Zwiebel, frische Gartenkräuter und Mayonnaise. Geben Sie die Kräuter zu der Mayonnaise und pressen die halbe Zitrone über den Zutaten aus. Danach schälen Sie das Eigelb aus dem Eiweiß. Für die Soße Tatar benötigen Sie lediglich das hartgekochte Eiweiß. Hacken Sie das Eiweiß in kleine Stücke Und geben Sie es in die Rührschüssel. Zu guter Letzt die Zwiebel in kleine Würfel schneiden Und ebenfalls in die Schüssel geben Alle Zutaten gut miteinander verrühren Fertig ist die Soße Tatar Viel Spaß beim Probieren!